hallo zusammen ich freue mich und zwar riesig am montag da geht sie los unsere große charity rennrad tour caritas gegen corona im bistum osnabrück und ich möchte mich im vorfeld schon mal bei allen spenderinnen und spendern bedanken die uns geld und andere mittel zur verfügung gestellt haben und sie natürlich auch auffordern wenn sie dabei sind unterstützen sie uns auch gerne alle informationen bekommen sie unter www caritas-os.de was ich jetzt noch brauche das ist gutes wetter warme temperaturen wenig gegenwind und selbstverständlich wie man unter sport an sagt dicke beine also seien sie dabei ich bin's bis dann tschüss